Hallo Freunde! Einer der wohl interessantesten Vorzüge eines Flohmarkts ist die Tatsache, dass man Dingen begegnet, die man nie erwartet hätte. Oft haben einige sogar das Glück, Objekte von großem Wert zu finden. In diesem Video habe ich ein paar dieser glücklichen Menschen und ihre Geschichten für dich zusammengestellt. Interessant wäre noch, ob du auch schon mal etwas auf dem Flohmarkt gefunden hast, was zumindest für dich von großem Wert war. Schreibe es uns doch mal in die Kommentare. Zurück zum Video. Los geht's! Das Foto mit dem unscheinbaren Wert Randy Gijaro ist das passiert, wovon viele insgeheim träumen. Im Jahr 2010 besuchte er einen Flohmarkt im amerikanischen Fresno und fand dabei einige Fotos, die ihm gefielen. Zwei Dollar bezahlte er pro Foto. Doch heute ist ein bestimmtes von ihm unfassbare 5 Millionen wert. Auf dem Foto des bestätigten Fachleute ist zu sehen, wie der berühmte Revolverheld Billy the Kid mit anderen Mitgliedern seiner Bande vor einer Hütte Crockett spielt. Weil die Szene aber so unscheinbar wirkte, er kannte der Verkäufer nicht, welcher Schatz unter seinen Waren schummerte. Die Bilder ließen Randy nicht locker. Also besuchte er nur kurz darauf, mehrere Fachleute um ihren Rat einzuholen. Was dabei rauskam, hätte er sich niemals erträumen lassen. Er hielt tatsächlich ein Foto von Billy the Kid und seiner Bande in den Händen. Billy war ein Gesetzloser, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts lebte. Von seinen Feinden wurde er stets als skrupelloser Mörder dargestellt. Die Anzahl der Morde, die ihm angelastet wurden, schwankt zwischen 9 und 21. Sicher überliefert sind jedoch nur vier. Nach seiner Festnahme in Stinking Springs, New Mexico durch den Sheriff Pat Garrett, begann am Weihnachtstag des Jahres 1880 eine wochenlange Odyssee durch verschiedene Gefängnisse. Am 13. April 1881 wurde Billy in Missilla zum Tode verurteilt. Doch 14 Tage später konnte Billy aus dem Gerichtsgebäude fliehen. Billy blieb in New Mexico, anstatt das Land zu verlassen. Am 14. Juli 1881 wurde er schließlich ohne Vorwarnung von Garrett erschossen. Zurück zu Randy, dessen Rarität beim Auktionshaus Kagans für 5 Millionen Dollar verkauft wurde und ihn zum Millionär machte. Das erste und bis dato einzige Foto von Billy the Kid. Ein Porträt wurde übrigens 2011 in Denver versteigert. Für damals 2,3 Millionen Dollar. Die wertvolle Keramikschale. Auf Flohmärkten findet man immer mal wieder seltene Sammlerstücke. Doch eine Familie aus New York, dessen Name geheim gehalten wurde, hatte unfassbares Glück. Eines Tages kauften sie eine kleine Schale. Sie war weiß und kostete nur 3 Dollar. Sie ahnten die große Geschichte der Schale nicht von Anfang an. Das kleine Kunstwerk wurde an den Kamin gesetzt, weil es als schöne Dekoration empfunden wurde. Immer mal wieder haben sie die speziellen Gravuren der Schale bewundert, ohne zu sehr über den Wert nachzudenken. Doch eines Tages wollten sie die Schale einem Experten zeigen und ihre Neugier wurde belohnt. Denn die Schale stammt aus der chinesischen Song-Dynastie und war mehr als 1000 Jahre alt. Die Song-Dynastie war von 960 bis 1279 die herrschende Dynastie im Kaiserreich China. Die schönen Konturen sind über all die Jahre erhalten geblieben. Berichten zufolge sei es eine der beliebtesten Keramikschalen der Song-Dynastie. Die einzige bekannte Kopie davon befindet sich in einem Museum in London, in der alten asiatischen Kunstabteilung. Der Verkaufspreis wurde auf etwa 300.000 Dollar vom Experten geschätzt. Bei der Auktion wurde die 3-Dollar-Schale dann für satte 2.225.000 Dollar verkauft. Die Familie konnte ihren Augen und Ohren nicht trauen. Seitdem hat sich für sie das ganze Leben komplett verändert. Und alles nur wegen dem Kauf einer Schüssel vom Flohmarkt. Die Überraschung in der Kommode Der 67-jährige John Fanning besucht immer mal wieder verschiedene Flohmärkte. Dieses Mal verschlug ihn seine Reise nach Texas, wo er vorhatte ein paar Kleinigkeiten zu kaufen. Jedoch fiel ihm dann eine wunderschöne, ca. 125 Jahre alte Nussbaumkommode ins Auge, die er unbedingt haben wollte. Schon seit geraumer Zeit war er auf der Suche nach einer passenden Kommode. Weil es keinen weiteren Interessenten gab, setzte der Verkäufer den Preis sogar noch runter. Und John kaufte sie für lediglich 100 Dollar. Bereits beim Einladen bemerkte er merkwürdige Geräusche vom Inneren der Kommode. Zu Hause beim Ausladen dann wieder. Doch die Schubladen waren leer. Er holte einen guten Freund dazu. Und nachdem sie etwas herumgerätselt hatten, bemerkten sie unter der untersten Schublade ein Geheimfach. Als sie es öffneten, trauten sie ihren Augen nicht. Zum Vorschein kamen alte Medaillen, Juwelen, wertvolle Ketten und viele weitere alte Dinge. Bis heute ist es für John ein Rätsel, warum der Verkäufer die geheime Schublade nicht wahrgenommen hatte. Dennoch entschied er sich dafür, seinen Fund dem ursprünglichen Besitzer zurückzugeben. Wie hättest du in so einer Situation gehandelt? Hättest du den Schatz behalten oder ihn wie John Fanning zurückgebracht? Einfach nur unglaublich, wozu der ein oder andere Fund führen kann. Da bekommt man doch direkt Lust, den nächsten Flohmarkt zu besuchen. Wie schon am Anfang erwähnt, wäre es ziemlich interessant zu wissen, ob du auch schon mal etwas auf dem Flohmarkt gefunden hast. Was zumindest für dich von großem Wert war. Teile es uns doch in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, zeige es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.